Will wandte sich wieder dem Album zu. Gibt es ein Bild von ihrem so bezaubernden Ahnenherrn? Wir besaßen ein Ölporträt von ihm, sagte Dr. Macphail. Doch die feuchte Luft hier verdarb die Leinwand, und später setzten sich auch die Silberfischchen darin fest. Er war ein Prachtexemplar seiner Art, wie ein Bild von Jeremias aus der Hochrenaissance. Sie wissen schon, mit feurigem Blick und einem Prophetenbart, wie er so viele physiognomischen Mängel zu verdecken vermag. Das Einzige, was übrig blieb, ist eine Zeichnung von seinem Haus. Er blätterte noch eine Seite zurück. Solider Granit, fuhr er fort, alle Fenster vergittert. Und innerhalb dieser anheimelnden kleinen Familienbasti wie viel systematische Unmenschlichkeit. In Christi Namen, versteht sich, und um der Rechtschaffenheit willen. Andrew Macphail hinterließ eine unvollendete Autobiografie. Daher wissen wir das alles. Hatten die Kinder keinen Beistand an ihrer Mutter? Dr. Macphail schüttelte den Kopf. Janet Macphail war eine Cameron. Und eine überzeugte, ja vielleicht sogar bessere Calvinistin, als James selber einer war. Als Frau musste sie weitere Strecken zurücklegen, mehr angeborene, anständige Regungen überwinden als er. Aber sie überwand sie, auf heroische Weise. Weit davon, ihrem Mann zurückzuhalten, feuerte sie ihn an, unterstützte ihn. Es gab Moralpredigten vor dem Frühstück und beim Mittagessen, Katechismus an Sonntagen und Auswendiglernen der Episteln und jeden Abend, nachdem die Übeltaten des Tages zusammengezählt und eingeschätzt worden waren, methodisches Verprügeln. Mit einer Fischbeinerin Reitgärte, auf den bloßen Hintern, für alle sechs Kinder, Mädchen wie Knaben, dem Alter nach. Wenn ich so etwas höre, wird mir immer ganz schlecht, sagte Susila. Reiner Sadismus. Nein, nicht reiner, angewandter Sadismus, sagte Dr. Macphail. Sadismus mit einem weiteren Beweggrund und im Dienste eines Ideals als Ausdruck einer religiösen Überzeugung. Und das ist ein Thema, setzte er hinzu, das jemand einmal in einer historischen Studie verarbeiten sollte. Die Beziehung zwischen Theologie und körperlicher Züchtigung im Kindesalter. Ich habe da so meine Theorie. Wo immer kleine Jungen und Mädchen systematisch verprügelt werden, denken die Opfer als Erwachsene von Gott als dem ganz anderen. Die Theologie eines Volkes spiegelt sich in der Verfassung der Popos seiner Kinder wieder. Denken Sie an die Hebräer, enthusiastische Kinderverprügler. Und das waren auch alle guten Christen in den Zeitaltern der Strenggläubigkeit. Daher Jehova, daher die Erbsünde und der ewig zürnende Gott der katholischen und protestantischen Orthodoxie. Wogegen Buddhisten und Hindus bei der Erziehung ihrer Kinder niemals Gewalt anwenden. Keine zerfetzten Poposchen. Und die Quäker, die waren ketzerisch genug, an das innere Licht zu glauben. Und was geschah? Sie hörten auf, ihre Kinder zu verhauen. Und waren die erste christliche Konfession, die gegen die Einrichtung der Sklaverei Einspruch erhoben. Aber Kinder zu verhauen ist heute ganz unmodern geworden, sagte Will. Und doch ist es gerade jetzt Mode, Reden über Gott als den ganz anderen zu schwingen. Dr. McPhail schob den Einwand beiseite. Es handelt sich da einfach um eine Reaktion auf eine Aktion. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Ideal freidenkerischer Nächstenliebe bereits so einflussreich geworden, dass selbst fromme Christen ihre Kinder nicht mehr verhauten. Es gab keine Striemen auf den Hintern der jüngeren Generation. Folglich war für sie Gott nicht mehr das ganz andere. Und sie erfanden Neugeist, Unity, Christian Science. All jene pseudo-orientalischen Irrlehren, in denen Gott das völlig Gleiche ist. Die Bewegung war schon in den ersten Tagen von William James gut im Fluss und hat seither an Stoßkraft gewonnen. Aber eine These ruft stets eine Antithese auf den Plan. Und wie es kommen musste, zeugten diese Irrlehren eine Neo-Orthodoxie. Nieder mit dem Völliggleichen und zurück zum ganz Anderen. Zurück zum heiligen Augustinus. Zu Martin Luther. Mit einem Wort, zurück zu den am ärgsten verprügelten Hintern in der ganzen Geschichte des christlichen Denkens. Lesen Sie die Bekenntnisse. Lesen Sie die Tischgespräche. Augustinus, von seinem Schullehrer verprügelt und von seinen Eltern ausgelacht, als er sich darüber beklagte. Luther wurde nicht nur von seinen Lehrern und seinem Vater, sondern sogar von seiner liebenden Mutter systematisch verprügelt. Die Narben auf seinem Gesäß sind die Welt teuer zu stehen gekommen. Das Preußentum und das Dritte Reich ohne Luther und seine Flagellantentheologie hätten diese Ungeheuerlichkeiten niemals geschehen können. Oder nehmen wir die Flagellantentheologie des Augustinus, wie sie bei Calvin ihren logischen Abschluss fand und von Frömmlern wie James MacPhail und Janet Cameron samt und sonders geschluckt wurde. Obersatz. Gott ist das ganz Andere. Untersatz. Der Mensch ist durch und durch verderbt. Schlussfolgerung. Tu mit den Hintern deiner Kinder, was mit dem Deinen geschah. Was euer himmlischer Vater mit dem Kollektivhintern der Menschheit seit dem Sündenfall getan hat. Verhauen, verhauen, verhauen. Will blickte nochmals auf die Zeichnung der granitenen Gestalt in der Seilbahn und dachte an all die grotesken, schändlichen Fantasien, welche zum Rang übernatürlicher Wahrheiten erhoben worden waren. An all die scheußlichen Grausamkeiten, all den in ihrem Namen zugefügten Schmerzen, das erlittene Elend. Und war es nicht Augustinus mit seiner wohlwollenden Härte, dann eben Robespierre oder Stalin. Wenn es nicht Luther war, der die Fürsten dazu aufhetzte, die Bauern zu erschlagen, dann war die Reihe an dem leutseligen Mao, der sie zum Sklaven herabwürdigte. Gebt ihr nicht manchmal alle Hoffnung auf? fragte er. Dr. McPhail verneinte mit einem Kopfschütteln. Wir wissen, dass die Dinge nicht unbedingt so schlimm sein müssen, wie sie es tatsächlich immer waren. Wir wissen, sie könnten um einiges besser sein, setzte Susilla hinzu. Wissen es, weil sie bereits viel besser sind, hier und jetzt, auf dieser absurden kleinen Insel. Aber ob wir euch überzeugen können, unserem Beispiel zu folgen, oder ob es uns überhaupt gelingen wird, unsere einzige Oase der Menschlichkeit inmitten eurer weltweiten, von affenbevölkerten Wüstenei zu bewahren, das ist, leider Gottes, eine andere Frage, sagte Dr. McPhail. Man hat allen Grund, die gegenwärtige Weltlage äußerst pessimistisch zu beurteilen. Aber zu schierer Hoffnungslosigkeit, nein, zu der sehe ich keinen Anlass. Nicht einmal, wenn sie sich mit der Geschichte der Menschheit befassen? Nicht einmal dann. Beneidenswert. Wie bringen sie das fertig? Indem ich mir vergegenwärtige, was Geschichte ist. Die Aufzeichnung dessen, wozu Menschen getrieben wurden. Aus Unwissenheit und aus der ungeheuren Anmaßung heraus, diese ihre Unwissenheit zu einem politischen oder religiösen Dogma zu kanonisieren. Er blickte wieder auf das Album. Kommen wir noch einmal zurück zu dem Haus in Edienburg. Zu James und Janet und den sechs Kindern, welche der Gott Calvins in seiner unerforschlichen Böswilligkeit den beiden ausgeliefert hatte. Rute und Rüge gibt Weisheit. Aber ein zuchtloser Knabe bringt seiner Mutter Schande. Belehrung verstärkt durch psychologischen Druck und körperliche Folter. Die perfekte pavolowsche Versuchsanlage. Aber für organisierte Religionen und politische Diktaturen sind Menschen leider weit weniger verlässliche Versuchstiere als Hunde. Bei Tom und Mary und Jean wirkte das Konditionieren, wie es wirken sollte. Tom wurde Pfarrer und Mary heiratete einen Pfarrer und starb prompt im Kindbett. Jean blieb daheim, pflegte ihre krebskranke Mutter ein langes, düsteres Sichtum hindurch und wurde die folgenden 20 Jahre langsam aber sicher dem alternden und zuletzt senilen und sabbernden Patriarchen geopfert. So weit, so gut. Aber bei Annie, dem vierten Kind, verschob sich das Schema. Annie war hübsch. Als 18-Jährige machte ihr ein Dragona-Hauptmann einen Heiratsantrag. Doch der Hauptmann war Anglikaner und seine Ansichten über totale Verderbtheit und Gottesweisen Ratschluss waren geradezu verbrecherisch unrichtig. Die Heirat wurde untersagt. Es sah aus, als wäre Annie dazu bestimmt, das Schicksal ihrer Schwestern zu teilen. Zehn Jahre lang hielt sie durch. Dann, mit 28, ließ sie sich von dem zweiten Maat auf einem ostindischen Kaufverteilschiff verführen. Sieben Wochen wehrte dieses fröhlich-hektische Glück. Das erste, das sie je gekannt hatte. Ihr Gesicht war verklärt von einer Art übernatürlicher Schönheit. Ihr Körper glühte vor Leben. Dann lief das Schiff aus. Auf eine zwei Jahre währende Reise nach Madras und Macau. Vier Monate später, schwanger, ohne Freunde und völlig verzweifelt, stürzte sie sich in den Tay. Mittlerweile war Alexander, altersmäßig der Nächste, von der Schule weggelaufen und hatte sich einer Schauspieltruppe angeschlossen. In dem Haus, neben der Seilbahn, durfte von da an sein Name nicht mehr erwähnt werden. Und zuletzt war da Andrew, der Jüngste, der Liebling. Ein richtiger Musterknabe. Er war ein gehorsames Kind, liebte seine Unterrichtsstunde, lernte die Episteln schneller und wortgetreuer auswendig als irgendeins seiner Geschwister. Dann, gerade rechtzeitig, um ihren Glauben an menschliche Sündhaftigkeit wiederherzustellen, erwischte ihn seine Mutter eines Abends, wie er an seinen Geschlechtsteilen herumspielte. Er wurde verprügelt, bis das Blut herablief. Einige Wochen später wurde er wieder erwischt und wieder verprügelt. Zu Einzelhaft bei Wasser und Brot verurteilt. Ihm wurde gesagt, dass er sicherlich die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen habe und zweifellos dieser Sünde wegen seine Mutter von Krebs befallen worden war. Den Rest seiner Kindheit hindurch wurde er von höllischen Albträumen verfolgt. Aber auch von Versuchungen und, wenn er ihnen erlag, was er selbstverständlich tat, doch immer in der Intimsphäre der Latrine oder am äußersten Ende des Gartens, von noch schlimmeren Visionen der Strafen, die ihn erwarteten. Und sich vorzustellen, dass heutzutage Leute sich beklagen, das Leben sei sinnlos, erläuterte Will, wenn man bedenkt, wie das Leben beschaffen war, als es ja einen Sinn hatte. Eine Mär erzählt von einem Schwachkopf. Oder eine Mär erzählt von einem Kalvinisten? Gebt mir den Schwachkopf alle Zeit. Zugegeben, sagte Dr. McPhail. Aber könnte es nicht eine dritte Möglichkeit geben? Eine Mär erzählt von jemand, der weder ein Schwachkopf noch ein Paranoiker ist. Jemand, der zur Abwechslung völlig normal ist? Warf Susilla ein? Ja, zur Abwechslung, wiederholte Dr. McPhail. Eine heilsame Abwechslung.